Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man bei Atlas tauchen kann ohne Sauerstoff zu verlieren. Und zwar man kann einen ganzen Taucheranzug machen. Für das braucht ihr ein mittelgrosses Schiff und so eine Taucherstation, eine Diving Station. Wenn ihr jetzt da drin seid könnt ihr so solches Fischöl rüberziehen in dieses kleine Inventar und dann unten auf diesen Knopf drücken hier. Und wie ihr seht bekommt ihr wegen Fischöl einen ganzen Taucheranzug. Und wie man dieses Fischöl bekommt ist ja ganz klar eigentlich man muss Rochen, Haie oder irgendwelche Meerestiere töten dass sie solches Fischöl droppen lassen. Und ja was kann man jetzt mit diesem Taucheranzug machen das ist ja natürlich klar man kann tauchen gehen aber ihr müsst wirklich aufpassen weil dieser Anzug das ist nicht eine Rüstung das ist wirklich nur ein Anzug. Als hättet ihr keine Rüstung an ist er. Ihr müsst wirklich aufpassen dann Haie macht One Shot oder auch zwei er braucht nur zwei Bisse und dann seid ihr schon tot. Das heisst bewaffnet euch gut wenn ihr unter Wasser geht mit diesem Anzug. Wenn ihr ihn jetzt wieder loswerden wollt, irgendeinmal will man ja den einfach loswerden, dann geht ihr wieder zurück zu dieser Taucherstation und zieht den einfach wieder ab. Ich zeige es da gleich im Video wie es geht und verabschiede mich gleichzeitig noch. Wenn euch das Video gefallen hat lasst doch bitte eine kleine Bewertung da, ein Abo würde mich freuen. Und wenn ihr mehr Atlas Videos sehen wollt oder keine Ahnung was, dann lasst es doch in den Kommentaren und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.